Hi, mein Name ist Anna, ich bin 24 Jahre alt und im achten Semester in der European School of Design. Ich habe mich für den Studiengang Kommunikationsdesign entschieden, weil mir ein abwechslungsreiches Studium sehr wichtig war. Und für die European School of Design habe ich mich entschieden, weil eine Freundin meiner Mutter hier im allerersten Semester mit dabei war und mich voll dazu motiviert hat, hier hinzugehen und erzählt hat, wie toll das hier ist. Das ist die Arbeit, auf die ich am meisten stolz bin, der Bienenkalender 2018. Er besteht aus Plexiglas, wie man hier gut sehen kann und mit der Mechanik des Drehens erfährt man jeden Tag neue Fakten über die Biene. Wenn ich mich in fünf Wörtern beschreiben sollte, wären das minimalistisch, auf jeden Fall perfektionistisch, hilfsbereit, öko-nachhaltig und gegen Gucci habe ich nichts. Wie ich auf die besten Ideen komme, ja, das werden Kreative, glaube ich, ziemlich oft gefragt. Bei mir ist es auf jeden Fall der Zeitdruck. Ja, Druck, Druck funktioniert immer. Cut! 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 Vielen Dank.